Ja, während meines Studiums gab es noch keine digitalen Werkzeuge, aber ich habe mein Leben lang gelernt außerhalb der Schule, vom Fernsehen, vom Radio, vom Musik, Sprachkernisse, mehr dadurch gelernt als auf der Schule. Und in diesem Sinne, glaube ich, das Lernen über alles und nicht unbedingt in den Classroom.